Ich glaube, dann würde ich jetzt auch allmählich vorschlagen, dass wir beginnen. Scharf geschaltet sind jetzt insbesondere auch Roland Brömel und Christoph Burchardt, die mit mir gemeinsam hier diese Veranstaltungsreihe auf die Beine gestellt haben. Und wenn ich in die Teilnehmerrunde gucke, dann sehe ich, dass wir auch eine Reihe von wiederkommenden Zuhörern und Zuhörerinnen haben, erfahrungsgemäß. Das brauche ich dir nicht erzählen, Jan. Wir haben genügend gemeinsame Veranstaltungsformate hinter uns. Es klackert noch so ein bisschen eben dann dazu. Also insofern, da wird sicherlich noch einiges gleich kommen. Bevor ich das Wort an dich übergebe, möchte ich einmal sehr herzlich erstmal alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen, die wir jetzt vor allem nicht sehen können. Das hat aber gute Gründe. Einmal, weil wir uns dann auf die Präsentation von Jörn Lammler konzentrieren können, aber zum anderen auch, weil für nicht jeden die Bandbreite doch reicht, um dann, also wir sind ja üblicherweise so 90, 100 Teilnehmer, die alle zu sehen. Also ich würde gerne Jörn Lammler kurz vorstellen. Jörn Lammler ist so ein bisschen wie die Geheimwaffe der Soziologie in der Internetbewältigung geworden, vor allem, weil er einen Blick auf die Konsumentenperspektive oder Verbraucherperspektive wirft. Und das ist eine Perspektive, die in den letzten Jahren bei der Bewältigung des Internets und seiner vielleicht notwendigen Regulierungen eine sehr erhebliche Rolle gespielt hat. Ich habe damit schon verraten, dass er Soziologe ist. Er kommt hier aus Hessen von der Universität Kassel. Wir sind in diversen Kontexten miteinander beruflich verbunden. Und ich habe das immer als einen ausgesprochen fruchtbaren und weit über nur die Verbraucherperspektive hinausreichenden Austausch empfunden. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du unserer Einladung gefolgt bist, hier und heute Abend eben vorzustellen mit dem schönen Titel Gesellschaft als digitale Sozialmaschine. Wir haben wie immer reichlich Zeit für den Vortrag. Das ist auch sehr schön und das ist auch Sinn dieser Reihe. Also ungefähr 40 Minuten, 45 Minuten für dich. Und dann würden wir freies Q&A machen. Dazu bitten wir einfach, dass Sie sich bei mir entweder privat über den Chat oder dass Sie überhaupt in den Chat hineinschreiben, dass Sie eine Wortmeldung haben und dann sortieren wir das, dass es einigermaßen eben alle zu Wort kommen und Jörn Lammler auch nicht völlig überfordert wird, zehn Fragen auf einmal beantworten zu müssen. Damit, Jörn, du hast das Wort und unsere Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Habe ich mein Mikro noch an? Ich hoffe, ich... Ja, gut. Okay, also dann ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, die Gelegenheit zu haben, vier Überlegungen in der Reihe Machtverschiebung durch Algorithmen vorstellen zu können. Es klingelt übrigens dauernd noch. Ich habe gelernt bei den vielen Zoom-Konferenzen, die wir machen, dass man, wenn man auf Teilnehmerliste geht und auf die Punkte, dann die Möglichkeit hat, den Piepton abzuschalten. Das ist in einer Vorlesung mit 270 Leuten, die ich halten muss, auch immer ganz gut, wenn es nicht bei jedem Eintritt klingelt. Habe ich gerade gemacht, ist ausgeschaltet. Super, ja. Vielen, vielen Dank. Genau, also, genau. Gesellschaft als digitale Sozialmaschine. Ich zeige, ich habe 17 Folien oder sowas. Das ist wahrscheinlich zu viel. Das ist immer so eine Krankheit von mir. Und wie gesagt, ich bin auch fachfremd, also Soziologe. Und es kann sein, dass ich irgendwann mal unverständlich bin, wo ich denke, ich bin eigentlich verständlich. Insofern kann auch gerne mal zwischendurch interveniert werden, wenn ich mal irgendwas erklären soll oder so. Das ist in etwa die Gliederung, die ich durchgehen möchte. Es sind also fünf Punkte. Ich werde ein bisschen einleitend etwas sagen. Dann will ich den Begriff der sozialen Maschine, warum ich den ausgewählt habe und was das damit auf sich hat, will ich ein bisschen näher vorstellen und ein bisschen beleuchten. Ich werde dann was zur Digitalität als sozio-technische Infrastruktur sagen. Ich will dann über Privatheit, Autonomie und Selbstbestimmung sprechen und am Ende über kritische Kompetenz in sozio-digitalen Architekturen. Das sind alles erstmal viele Begriffe und viele Themen. Ich will aber damit deutlich machen, und das ist auch schon so mein nächster Punkt auf der Folie, in der Einleitung, dass mich dieses Thema Machtverschiebung durch Algorithmen sehr anfixt und ich glaube, ich auch versuchen werde, mit eben diesen verschiedenen Schritten, die ich da eben auf der Gliederung hatte, was zu diesem Thema Machtverschiebung durch Algorithmen zu sagen und sozusagen meine Perspektive darauf zu entfalten. Und vielleicht ist das anregend im Kontext der Ringvorlesung insgesamt. Jedenfalls bin ich natürlich gleichzeitig auch sehr interessiert daran, sozusagen aus diesem Kontext heraus Rückmeldungen zu bekommen, ob ich möglicherweise da ganz daneben liege oder aber die Soziologie tatsächlich was zu diesem Thema zu sagen hat. Wenn man über Machtverschiebung durch Algorithmen spricht, aus soziologischer Perspektive, darauf möchte ich erstmal kurz die Aufmerksamkeit lenken, dann kann man darunter zwei machttheoretische Perspektiven verstehen oder anlegen, wo ich erstmal ganz wichtig und hilfreich finde, wenn wir sie unterscheiden. Die eine ist die, die in so einem Konzept der sozialen Macht von Akteurskonstellationen aufgeht oder von Figurationen aufgeht und sagt, welcher Akteur hat denn da mehr Macht über die anderen. Soziologen sprechen dann auch gerne von der Dialektik der Macht. Also wenn es in Machtbeziehungen, wenn die irgendwie asymmetrisch sind, dann sind es trotzdem oftmals nicht nur Einbahnstraßen, sondern wechselseitig. Und hier haben wir es mit Machtbeziehungen, also wenn es um Machtverschiebung durch Algorithmen geht und man guckt mit dieser Perspektive, dann guckt man halt auf Akteure. Haben zum Beispiel die Informatik, haben Gestaltungsakteure heute mehr Macht in der Gesellschaft als früher. Darf ich, dass Algorithmen so wichtig werden? Das ist sicherlich ein Punkt, der für mich wichtig ist und auf den ich auch eingehe. Aber es ist eben nicht der einzige, unter dem man Machtverschiebung durch Algorithmen soziologisch thematisieren kann, sondern man kann auch kulturtheoretisch darauf schauen und sozusagen in der historischen Entwicklung übernehmen Algorithmen generell immer mehr Macht über das gesellschaftliche Leben. Dann ist es nicht an Akteure und Akteurskonstellationen so eng gekoppelt, sondern eher als so etwas zu verstehen, wie wir aus den Formulierungen von Max Weber, ein berühmter Soziologe etwa kennen, der sagt, also die ökonomische Ordnung hat sich zu einem stählernen Gehäuse. Das ist sozusagen so eine Art abstrakter Zwang. Und so könnten die Algorithmen, Machtverschiebung durch Algorithmen könnte bedeuten, dass Algorithmen so eine Art stählernes Gehäuse werden, dem wir uns immer weniger entziehen können. Und zwar die mächtigen Akteure genauso wenig wie die weniger mächtigen Akteure. Und ich möchte also deutlich machen, dass beide Gesichtspunkte für mich wichtig sind. Der sozusagen auf die gesamtgesellschaftliche Relevanzzunahme von Algorithmen abstellt, als auch die Verschiebung von Macht zwischen Akteuren. Und der Fokus liegt dabei auf Digitalität, die ich verstehen möchte, diesen Begriff möchte ich verstehen als, das sind die digitalen Infrastrukturen der Sozialität. Also ich gehe von einer Verschmelzung, von einer zunehmenden Verschmelzung von Digitalität und Sozialität aus. Da werde ich nachher noch mehr zu sagen. Aber das macht so ein bisschen schon deutlich, das ist nicht nur was, was bestimmten Akteuren mehr Macht hat, sondern Digitalität wird so eine Art Grundcharakteristikum, das in die Gesellschaft insgesamt einzieht. Auch der Begriff der Infrastruktur weist darauf hin. Und mich interessiert dann eben vor allem die Frage, wie sich die infrastrukturelle Ausweitung von Algorithmen auswirkt. Ich möchte dann hier eine These testen, sozusagen zur Diskussion stellen, die Ihnen ungefähr so lautet, dass wir uns eben mit dieser infrastrukturellen Auswertung zumindest der Tendenz nach auf eine kypernetische Kontrollgesellschaft zu bewegen oder zu bewegen könnten. Vielleicht kann man das so als zwei Varianten einer These, eine schwächere und eine stärkere sozusagen, auf eine kypernetische Kontrollgesellschaft zu bewegen, die wir als eine neue Stufe dessen bezeichnen können, was ich die Sozialmaschine nenne. Und darauf gehe ich gleich näher ein. Und dann, ich hatte ja in der Gliederung verschiedene Punkte, auch Privatheit und so weiter. Und im Untertitel eben auch die Selbstbestimmung. Ich möchte sozusagen, wenn ich sage, ich möchte diese These zur Diskussion stellen und testen, dann ist für mich Privatheit und Selbstbestimmung gewissermaßen ein Testfall. Also wenn wir sozusagen eine neue kypernetische Kontrollgesellschaft haben, dann möchte ich da, die sozusagen eine Machtverschiebung bedeutet, dann möchte ich diese Diagnose daran testen oder fragen, wie manifestiert sich das im Bereich dessen, wo wir sozusagen Selbstbestimmung immer verankert haben, nämlich im Bereich der Privatheit, wo wir zumindest unter anderem Selbstbestimmungsfähigkeiten verankert haben. Also deswegen, das ist so ein bisschen der Zusammenhang. Ich habe hier mal ganz kurz Publikationen genannt, einfach um zu zeigen, dass gerade so zwei Papiere entstanden sind. Eins hatte ich im Vorfeld verschickt. Das ist das erste, Gesellschaft als digitale Sozialmaschine, Fragezeichen. Also das ist der Haupttitel meines Vortrags. Und man sieht aber jetzt an dem zweiten Text, den ich mit meinem Team, was vor allem in diesem Feld forscht, zusammengeschrieben habe, für den Abschlussband des Forum Privatheit, ein BMBF-Projekt, was interessanterweise noch weitergehen wird, aber nach einer großen Phase jetzt erstmal einen Abschlussband formuliert. Und da ist eben im Untertitel, also da geht es um Privatheit und Digitalität, und im Untertitel finden wir sozusagen auch den Untertitel des Vortrags, nämlich zur sozio-technischen Transformation des selbstbestimmten Lebens. Der dritte Artikel ist so, da sind so ein paar Vorüberlegungen drin aus der Zeitschrift Auspolitik und Zeitgeschichte. Okay, komme ich also zu dem ersten Punkt. Ich wollte ein bisschen was zur sozialen Maschine sagen. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch zu dem Verhältnis von Mensch und Maschine, dass sozusagen viel diskutiert wird heute auch im Kontext von KI und so weiter. Und ich werde dazu auch noch viel sagen. Und wir hören in der Politik immer, dass es gerade bei uns in Europa, in Deutschland, so die gute Absicht gibt oder so diese Norm gibt, die digitale Technik soll den Menschen unterstützen. Und damit hat man gewissermaßen normativ schon ganz viel gesagt, klingt irgendwie gut, die gute Digitalität. Die gute Digitalität unterstützt den Menschen. Die andere macht das nicht. Das ist ein verbreitetes Deutungsmuster. Und ich möchte ein Stück weit in diesem Vortrag der Frage nachgehen, ob wir damit eigentlich das Problem wirklich ergreifen können oder ob das nicht. Und da möchte ich sozusagen eine Referenz zur Frankfurter Schule machen, Adorno, oder ob das nicht so eine ideologische Floskel ist. Im Sinne eines notwendig falschen gesellschaftlichen Bewusstseins, was sich selbst, was die soziale Maschine sozusagen selber schon reproduziert. Ist ein bisschen kompliziert, aber wird hoffentlich im Laufe des Vortrags deutlicher. Aber behalten Sie das mal im Hinterkopf. Dieses digitale Technik soll den Menschen unterstützen. Ich gebe mal ein Beispiel dazu. Es gibt interessanterweise unter dem Begriff der Social Machine, und zwar dann, wenn sie im Plural verwendet wird, als Social Machines, da können wir also Twitter oder Wikipedia, verschiedenste Plattformen, Galaxy Zoo, also alles Mögliche, wo so Menschen und Maschinen zusammenarbeiten in der digitalen Welt, können wir darunter verstehen. Social Machines. Da gibt es eine Definition dazu, die kommt von dem Erfinder des World Wide Web, Tim Berners-Lee. Und die lese ich gerade mal vor. Die heißt, Real life is and must be full of all kinds of social constraint, the very processes from which society arises. Computers can help, if we use them to create abstract social machines on the web. No, nee. Also Computers can help, if we use them to create abstract social machines on the web. Processes in which people do the creative work and the machine does the administration. Also der Mensch, das ist sozusagen ein Beispiel für diese Vorstellung, für diese Wertvorstellung. Die digitale Technik soll den Menschen unterstützen. Menschen machen die kreative Arbeit, die Maschine macht die Verwaltung, die Prozesse, die unterstützenden Prozesse dahinter. Es gibt in England einen Arbeitszusammenhang zu Social Machines, der von Berners-Lee mitgegründet ist. Und ich glaube, es ist einer seiner Schüler. Chad Bolt heißt der. Und die haben einen Band zu Social Machines rausgegeben. Und da ist das Konzept sozusagen in einem Forschungszusammenhang weiterentwickelt worden. Und interessanterweise wird schon bei dem Schüler gesehen, dass sich das Verhältnis umkehren kann. Das heißt, dass die Maschine kreativ sein kann und dazu führen kann, dass sie den Menschen sozusagen in die Lage bringt, der Aufrechterhaltung von Prozessen zu dienen. Also das ist dann schon interessant, weil wir dann etwas haben, dass die Social Machines vielleicht so die Idee, das ist doch alles digitale Technik, die den Menschen dient. Aber vielleicht gibt es da auch so Umkehrprozesse. Also irgendwann fängt da an, der Mensch diesen digitalen Maschinen zu dienen. Das ist so ein bisschen Matrix, ein Film, den wir alle kennen. Und so die Idee, irgendwann sind wir vielleicht die Batterien und merken es nicht, die das Ganze am Laufen halten. Es gibt verschiedene Kontexte, die Sie anführen, wo man sagen kann, warum solche Umkehrprozesse stattfinden können. Also es ist die Bedeutungszunahme von KI und Machine Learning, also das Verändern der digitalen Maschinen, die sozusagen durch neue Feedbackstrukturen, wo die Menschen dann sozusagen Trainingsdaten liefern. Es gibt auch eine Zunahme von Maschinen und Maschine Interaktion, also da verselbstständigt sich was und löst sich etwas ab von den Menschen. Und es gibt sowas wie eine Veralltäglichung, also die Maschinen rücken näher ins Leben rein, sie werden smarter und ähnliches mehr. Und da stecken möglicherweise Probleme dieser Umkehr drin. Okay, mir ist erstmal nur wichtig, das ist sozusagen ein Konzept von Social Machine. Das wird teilweise noch sehr positiv geframed und es gibt aber auch Gefahren der Umkehr. Das ist aber Social Machines im Plural. Und Social Machines im Plural heißt eben, dass es sozusagen dunkle Dark Patterns und gute Menschen, die ihnen hier geben kann. Also das ist dann eine Plastizität, dass es ganz verschiedene Social Machines gibt. Es geht irgendwie nur um die Form der Zusammenarbeit von Menschen und den Maschinen. Ich muss hier mal eben die Bilder ein bisschen wegrücken, damit ich sehe, was ich mir dazu noch aufgeschrieben habe. Ja, genau. Also irgendwie eine Co-Kreation von Menschen und Maschinen ist da die Definition. Da gibt es unterschiedliche Logiken, proprietär oder nicht proprietär, zentral oder dezentral. Denken Sie an Blockchain und anderes. Also da hat man irgendwie einen großen Variationsspielraum. Und deswegen kann man auch nicht so richtig sagen, ist das jetzt Social Machines, ist das jetzt gut oder schlecht, weil es gibt da zu viele Unterschiede. Und es könnte sein, dass man sozusagen diesen Pluralismus, dass er in sich schon dabei hilft, zu sagen, na gut, da müssen wir eben die guten Social Machines müssen wir stärken und rausfilten und die schlechten müssen wir irgendwie begrenzen. Okay, ich will nur deutlich machen, das ist so eine Perspektive, da kriegt man keine klare Vorstellung davon, was Social Machines ist. Ich habe aber gesagt, es gibt auch diese kulturtheoretische Deutung im Anschluss an Max Weber, dass sozusagen die Gesellschaft insgesamt durch das Algorithmische vielleicht geprägt wird. Und damit möchte ich an etwas anderes, also mit der Metapher der Social Machine oder der sozialen Maschine an etwas anderes anknüpfen. Und das meint eher Gesellschaft als soziale Maschine. Ich habe ja geschrieben, Gesellschaft als digitale Sozialmaschine, Fragezeichen. Und das meint soziale Maschine im Singular und bezieht sich gewissermaßen auf die Gesellschaft insgesamt, die sozusagen durch so eine maschinelle Logik geprägt wird. Also da haben wir es nicht mit Social Machines als evolutionäres Spielmaterial zu tun, sondern als eine Evolutionsrichtung der Gesellschaft. Da gibt es ja verschiedene Diagnosen wie Überwachungskapitalismus, Netzwerkgesellschaft, Plattformökonomie und so, die sich eher auf solche, sagen wir mal, Globaldiagnosen der gesellschaftlichen Entwicklungsrichtung zielen. Und um diese Perspektive ein bisschen, da ein bisschen die Aufmerksamkeit drauf zu lenken, will ich im Folgenden auf zwei Folien eine Spurensuche machen, wo ich dieser Maschinenmetapher mal nachgehe. Erstmal der Maschinenmetapher in der Soziologie oder Sozialphilosophie, wo sie in diesem Makrosinne auf die Gesellschaft bezogen wird. Da finden wir als erstes schönes Beispiel Claude-Henri de Saint-Simon, der 1817 in seinen Briefen an einen Amerikaner das geschrieben hat, was ich im Folgenden kurz vorlesen will. Da geht es nämlich im Grunde um die Durchsetzung des Industrieprinzips gegen den Adel und den Klerus. Also es ist sozusagen die Phase der bürgerlichen Revolution, in der mit Industrie noch etwas Befreiendes assoziiert wird. Aber die Art und Weise, wie der Industriegedanken oder die Industrie als Idee eingeführt wird, ist schon mal wichtig für das, was sich als den Maschinengedanken oder die Maschinenmetapher in der Wahrnehmung oder in der Sichtweise auf Gesellschaft wichtig erachte. Also da schreibt Saint-Simon, da die ganze Menschheit ein gemeinsames Ziel und gemeinschaftliche Interessen hat, muss jeder Mensch in seinen gesellschaftlichen Beziehungen sich allein als Mitglied eines Unternehmens von Werktätigen betrachten. All dies, das ist jetzt sozusagen, all dies umgegen den parasitären Adel und Klerus dem Prinzip der, und jetzt Zitat, freiheitlichen und industriemäßigen Ideen und Einrichtungen zur Durchsetzung zu verhelfen, bis sie, und das ist jetzt wichtig, von fremden Elementen völlig befreit sind von jenem Rost, der ihr Triebwerk behindert. Also die Idee als sozusagen geschichtliche Bewegung zur Überwindung des Feudalismus gedacht, ist die Durchsetzung eines Industrieprinzips und Rost- und Triebwerkdienstes zeigt schon sozusagen das Maschinelle da drin. Bis hin, das Kindererziehung und alles werden Rädchen im Sinne einer Gesellschaft, die insgesamt als Industrie gedacht wird. Bei Saint-Simon. Nicht, dass die Industrie ein Teil der Gesellschaft ist, sondern die Gesellschaft, die ganze Menschheit, das gemeinschaftliche Interesse, die ganze Gesellschaft wird als Industrie gedacht. Okay, erstes Beispiel. Zweites Beispiel und da wird es schon nicht mehr so euphorisch wie bei Saint-Simon, sondern, ach so, und vielleicht noch ein kleiner Punkt, also Saint-Simon hatte einen hatte einen Sekretär, das war August Comte und August Comte ist der Begründer der Soziologie, interessanterweise, nicht? Oder sozusagen jemand, der den Begriff Soziologie erfunden hat und mit dieser Schule wird eine Auseinandersetzung verbunden, wo Comte lange überlegt hat, also welcher Begriff eigentlich für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Gesellschaft geeignet ist und da gab es Soziologie und Alternativ von anderen Franzosen wurde der Begriff der Sozialphysik ins Spiel gebracht, auch so von Saint-Simon. So Industrie, Maschine, Sozialphysik, da steckt so die Idee drin, dass man so eine Art physikalische Wissenschaft, aber auch so eine Art Technisierung und technisches Verständnis von Gesellschaft voranbringen müsste, um die Gesellschaft positiv zu gestalten. So, das ist sehr, sehr wichtig, weil in dem heutigen digitalen Zeitalter, da werden wir gleich noch drauf kommen, solche Begriffe wie Sozialphysik wieder eine große Rolle spielen. Bei Marx war das dann schon nicht mehr ganz so positiv. Bei Marx finden wir im ersten Band des Kapitals ein Kapitel über die Maschinerie und die große Industrie und da finden wir den Gedanken, ich lese das mal vor, als Maschinerie erhält das Arbeitsmittel eine materielle Existenzweise, welche Ersetzung der Menschenkraft durch Naturkräfte und erfahrungsmäßiger Routine durch bewusste Anwendung der Naturwissenschaft bedingt. Der kooperative Charakter des Arbeitsprozesses wird jetzt also durch die Natur des Arbeitsmittels selbst diktierte technische Notwendigkeit. Das heißt, Marx war einer der ersten, der erste, das weiß ich jetzt nicht genau, aber das war jedenfalls einer, der genau und jetzt bezogen auf die gesamtgesellschaftliche Prägekraft der Social Machine eine solche Umkehrfigur gesehen hat. Also, dass sozusagen die Kooperation der Menschen, der kooperative Arbeitsprozess, das, was die Menschen machen müssen, wird diktierte technische Notwendigkeit. Sie müssen sich gewissermaßen der Entfaltungsdynamik der großen Industrie und Maschinerie unterwerfen. Und das betrifft vor allem den Arbeitsprozess. Ich habe jetzt noch mal dritte Theoretiker hinzugeführt, nämlich Deleuze und Guattari, also aus dem Poststrukturalismus. Da will ich auch nicht viel zu sagen, aber da taucht der in dem Buch Anti-Oedipus, da taucht der Begriff Wunschmaschinen auf. Das ist einfach wichtig, das ist eine Auseinandersetzung mit Sigmund Freud, der Psychoanalyse, Lacan, also sozusagen eine Revision der freutschen Psychoanalyse, wo es einfach darum geht, dass sie deutlich machen, dass die Maschinen nicht nur die sichtbaren Tätigkeiten ergreifen, sondern dass sie in hohem Maße auch die unbewussten Antriebe der sozialen Praxis, also die Wünsche ergreifen. Also auch das Innere, das Unbewusste wird Teil, wird sozusagen in die Maschinerie hineingesogen. Und allen diesen Theoretikern, auch wenn sie unterschiedliche Perspektiven und Intentionen haben, ist schon so etwas inhärent, was für meine These nicht unwichtig ist, nämlich die Diagnose einer gesellschaftlichen Totalisierungstendenz der sozialen Maschine. Das betrifft sozusagen die ganze, also die ganze Gesellschaft wird reingesogen in etwas, was einer Maschinenlogik folgt. Die zweite Folie zu den Metamorphosen der sozialen Maschine, da will ich sozusagen ein bisschen näher an das Thema Information und Digitalität schon ranrücken. Das ist sozusagen die Fortsetzung der Spurensuche bei der Kybernetik und der Informationsgesellschaft. Wir finden eben in Norbert Wiener, einem der Begründer der Kybernetik, der mehrere Bücher geschrieben hat, eins heißt Mensch und Menschmaschine, passt also gut zu unserem Thema, finden wir sozusagen auch diesen Gedanken der Totalität von Information oder der Universalität von Information, was es möglich macht, dass gewissermaßen alle gesellschaftlichen Prozesse in einen Informationsverarbeitungszusammenhang, in ein Informationssystem gewissermaßen integriert werden können. Also durchaus eine ähnliche Figur. Informationsverarbeitung als integratives und zwar organische sowie anorganische Prozesse übergreifendes Paradigma. Ich zitiere einfach mal wieder kurz, der Leitgedanke ist, dass Gesellschaft nur durch das Studium der Nachrichten und der zugehörigen Kommunikationsmöglichkeiten verstanden werden kann. Gesellschaft als Ganze. Und dass Nachrichten von Mensch zu Maschine, von Maschine zu Mensch und von Maschine zu Maschine in der zukünftigen Entwicklung der Nachrichten und Kommunikationsmöglichkeiten eine immer größere Rolle zu spielen berufen sind. Also das ist 1950, aber da steckt schon viel drin von dem, was wir heute über Social Machines mit Chatbot und anderen diskutieren, mit KI und so. Wenn man nochmal den Begriff der Kybernetik fasst, dann gibt es einen zweiten Begriff, der damit zusammenhängt, das ist die Maschine à Gouvernerie. Das heißt, in dem Begriff steckt schon eine Idee drin, wie so eine Art Steuerungsmaschine, also Regelungskreisläufe, die irgendwie so eine Art Steuerungskunst entfaltet. werden kann. Also auch das ist wichtig, um sozusagen diesen maschinellen Charakter sich klar zu machen. Und was schon Wiener auch gesagt hat, dass aber sozusagen die menschlichen Gegebenheiten, die jetzt irgendwie in diese Maschine à Gouvernerie hineingezogen werden sollen, die sozusagen von der Steuerungskunst, die sozusagen durch die Steuerungskunst gewissermaßen ergriffen werden sollen oder bearbeitet werden sollen, verwickelt sind, schwierig sind. Und wir finden hier so etwas wie, dass es deswegen, dass diese Maschine deswegen sozusagen auf Wahrscheinlichkeitsdenken nur basieren kann. Also sie sind nicht eins zu eins zu integrieren, sondern sie müssen über probabilistische Modelle, die müssen gewissermaßen der Hebel um Gesellschaft in die kybernetische Maschine hineinzuziehen und in die Verarbeitungsformen zu integrieren. Sie sehen unten, ich habe unten immer versucht, so eine Art Zusammenfassung dessen, was ich in der Folie eigentlich sagen will, aufzuschreiben. Also es findet so etwas statt wie die Modellierung der ganzen Welt durch Probabilismus. Das finden wir schon bei Wiener. Ich habe Alan Turing noch aufgeschrieben, kennen alle, nicht? Turing-Test, Imitation Game, der Mensch und Maschine als einen Rechner bezeichnet. Warum? Weil auch Turing sagt, dass sozusagen die, obwohl es Unterschiede gibt zwischen Mensch und Maschine, er spricht also von kontinuierlichen und diskreten Zuständen, es letztlich darauf hinausläuft, dass Digitalrechner immer mehr integrieren können. Also Digitalrechner als Universalmaschine war sozusagen das Versprechen, was hier gesehen worden ist. Und es wird zwar in Rechnung gestellt, dass es dann nur um diskrete Zustände gehen kann, die da verarbeitbar sind und dass das nicht alles abdecken kann. Aber wir wissen ja vom Turing-Test, dass es eben in einer bestimmten Hinsicht eben doch möglich ist, solche Unterschiede aufzulösen. Und der Turing-Test am Beispiel als Test für KI, für künstliche Intelligenz, ist ja ein Beispiel dafür, nämlich, dass man nicht mehr erkennen kann, ob es jetzt kontinuierlich, ob dahinter jetzt sozusagen ein Rechner ist, ein menschlicher Rechner, der irgendwie auf kontinuierlichen Verarbeitungsprozessen aufsetzt, oder ob es ein digitaler Rechner ist, der auf diskreten Zuständen ist. Der Turing-Test ist sozusagen, es sagt ja nichts anderes, als es reicht gewissermaßen aus, wenn die Performance der digitalen Maschine ausreicht, dass man den Unterschied nicht mehr erkennt. Deswegen habe ich unten geschrieben, Modellierung der Welt durch Globalismus und Performance-Test. Es kommt nicht mehr auf die Kompetenz oder auf die eigentliche Praxis an, sondern darauf, dass wir sozusagen eine Darstellung der gesellschaftlichen Wirklichkeit, eine Verarbeitung der gesellschaftlichen Wirklichkeit, die sozusagen unter Performance-Gesichtspunkten hinreichend ähnlich ist, dass wir die realisieren. Und jetzt habe ich noch ein drittes Beispiel zu den Metamorphosen der sozialen Maschine, nämlich Alex Pentland, ein MIT-Informatiker, sehr berühmt, der ein Buch geschrieben hat 2014 mit dem Titel Social Physics. und ich hatte das ja schon gesagt, Sozialphysik kommt, Spencer kommt, Saint-Simon und andere, das wird wieder wichtig. Ketele ist übrigens der andere Franzose gewesen, der da auch noch in diesem Begriffsstreit mitgewirkt hat. So, und Alex Pentland in seinem Buch, das natürlich viel neuer ist, argumentiert jetzt, dass durch Big Data, durch riesige Datenbestände so eine Art Echtzeitsoziometrie möglich ist und eine Art Tuning sozialer Netzwerke, dass tatsächlich sozusagen diesen kybernetischen Traum einer universellen Maschine, die alle Informationsarbeitungsprozesse, Verarbeitungsprozesse integriert, die diesem kybernetischen Traum schon ziemlich nahe kommt unter Realisierungsbedingungen, also unter den Realisierungsbedingungen nahe kommt, weil es eben, und da kommen jetzt Mechanismen hinzu, wie Verhaltensmodellierung und sozialer Druck in sozialen Netzwerken, weil es sozusagen möglich ist, mit diesen Daten und vor allem mit ihrer Echtzeitverfügbarkeit steuernd auf soziale Zusammenhänge einzuwirken. Social Physics is a quantitative social science that describes reliable mathematical connections between information and idea flow on the one hand and people's behavior on the other. Also das Verhalten wird gewissermaßen in den Informationsfluss, wird im Zusammenhang gesehen und dann heißt es einmal, so that we can reliably make better decisions and become more productive. Das ist natürlich alles, das ist jetzt wieder sozusagen diese normative Rahmen, das dient natürlich dann alles am Ende dazu, dass dem Menschen geholfen ist, bessere Entscheidungen zu fällen. Also digitale Technik für den Menschen. Nochmal erinnern, ich will nochmal erinnern, meine Frage ist, ist das mehr als eine Legitimationsfloskel, wenn Menschen, also wenn der Mensch angeführt wird als so etwas, was den Werthorizont absteckt, für den wir das alles hier tun. Die nächste Folie gehe ich jetzt kurz durch, das ist die letzte zur Metamorphosen der sozialen Maschine, Shoshana Zuboff, das Buch über den Überwachungskapitalismus. Hier habe ich einfach nochmal die bekannte oder wichtige Grafik rausgearbeitet, an der, also wir können kurz sagen, an der ist Shoshana Zuboff das gleiche thematisiert, was auch Alex Pentland thematisiert, nur dass sie es eben problematisiert, während Pentland, also die Gestaltungschancen der sozialen Physik betont, bezeichnet Zuboff dies als den neuen Überwachungskapitalismus und damit als eine ziemlich problematische Entwicklung. Aus Zeitgründen, aber wir können das gerne in der Diskussion noch machen, will ich diese Grafik jetzt nicht so im Detail erläutern, aber es geht ihr, es gibt eigentlich zwei Grafiken, es geht ja eigentlich darum, dass Verhaltensdaten erfasst werden, erstmal nur um Prozesse zu verbessern, zum Beispiel die Google-Suche soll verbessert werden, da guckt man, wann die Leute wieder wegklicken oder so, dann muss Google irgendwie was an seinen Suchergebnissen verbessern, bis das irgendwie besser funktioniert und dann irgendwann hat man entdeckt, dass die Verhaltensdaten eigentlich viel mehr ermöglichen, als nur den Dienst zu verbessern und dass sich daraus ein eigener Markt entwickelt hat, um den dann der Überwachungskapitalismus gebaut wird, nämlich ein Markt für Verhaltensvorhersageprodukte, Verhaltensterminkontraktmärkte, das heißt für personalisierte Währung und alles mögliche mehr und darum ist sozusagen ja ziemlich viel in der digitalen Welt gebaut. Aber man könnte ja jetzt sagen, so what, also warum finden wir das eigentlich mit der sozialen Maschine schlecht, wenn sie uns doch hilft, wenn sie uns stützt, wenn sie uns, also wenn sie uns Arbeit abnimmt oder so oder warum, was ist eigentlich schlecht an der Social Machine? Also Shoshana Suboff ist ein Beispiel dafür, dass das kritisiert wird, aber warum eigentlich genau? Und das ist eben sozusagen mit den Fragen der Algorithmen, das ist ziemlich wichtig. Ich habe jetzt einfach mal auf zwei Punkte hingewiesen, also eine Kritikgrundlage, die dann oft kommt, ist, dass es eben ein Bias gibt, dass es einen Reduktionismus gibt, dass wir es mit statistischen Kategorisierungen, denken Sie an das, was ich mit Probabilismus meinte, dass es mit, dass es also eine statistische Kategorisierungen gibt, dass irgendwie Emotionsausdrücke anhand von so ein paar Gesichtspunkten oder sowas gefasst werden und dadurch auch so Standardisierungen eine Rolle spielen. Das könnte irgendwie eine Reduktion sein, ein Bias. Aber ich, warum habe ich das hier geschrieben? weil solche Quellen der Kritik natürlich keine Kritik an der Social Machine generell sind, sondern wenn man ein Bias sagt, dann sagt man gleichzeitig eigentlich, wir müssen sehen, dass wir den Bias verhindern oder ausmerzen. Also indem wir irgendwie, das, indem wir nicht so Reduktionistisch sind, sondern mehr einbeziehen, also es ist eine Einbeziehungslogik, die dann daraus folgt, in die Social Machine. Das ist aber kein Argument gegen die Social Machine selbst. Oder Christoph Engelmann spricht von Rekursion über Körper, das meint, dass wir sozusagen als Menschen ja sozusagen Arbeit leisten, damit diese soziale Maschine lernen kann, gerade im Kontext von KI und Ähnlichem mehr. Wenn es aber nur um die Arbeit geht oder dadurch, dass sozusagen Menschen ausgebeutet werden, wie sind so im Reallabor, dann ist das auch eher so etwas wie eine Sozialkritik der Social Machine nennen würde. Nach dem Motto, ist es eigentlich fair entlohnt, wird eigentlich die Arbeit, die da drin steckt, von ganz vielen Menschen, die so Crowdworking machen oder Trainings machen, wird es eigentlich gewürdigt oder so. Und Sozialkritik, meine ich, könnte man so verstehen, dass man sagt, okay, da muss irgendwie über die Verteilung, über die Machtverteilung in der Social Machine diskutiert werden und vielleicht was verschoben werden. Aber es gibt eben auch andere, und das erinnert wieder an den Weber und das stelende Gehäuse, zum Beispiel Lanier, die sprechen vom kybernetischen Totalitarismus, also der Begriff taucht in seinem Buch Gadget so auf und vielleicht ist das in Frankfurt bekannt, aber also sozusagen diese Unterscheidung von Sozialkritik und Künstlerkritik, also das ist gewissermaßen eine andere Quelle von Kritik und die interessiert mich vor allem, nämlich es ist eher so etwas wie eine Künstlerkritik des Algorithmischen, also finden wir eigentlich noch das, was außerhalb des Algorithmischen ist, findet das eigentlich noch hinreichend Anerkennung und Geltung und Kraft in der Gesellschaft. Also das geht dann nicht sozusagen auf die Art und Weise, wie die Social Machine ausgestaltet wird, sondern ob nicht in dem Algorithmischen selber das Problem steht, nicht sozusagen die Machtverteilung, sondern Machtverschiebung im Sinne von Gesamtprägung der Gesellschaft, die irgendwo was anderes, ein Residuum, ein Rest unterdrückt. Eine letzte kurze Folie und ich merke, dass ich schon viel zu lange spreche, aber ich verspreche, dass ich das irgendwie so händle, dass ich die Botschaft dann doch rüberbringe in 50 Minuten. Und zwar diese hier, ich finde das einfach, das fasst das Argument vielleicht nochmal zusammen, ja, also das kennen alle, dass man irgendwie beweisen soll, dass man not a robot ist, indem man gleichzeitig KI trainiert, hier in dem Fall, dass man Kaffeetassen raussucht, was irgendwie vielleicht Bilderkennungsprogramme sonst noch nicht so gut kennen. Das würde ich also bezeichnen als die Ironie der sozialen Maschine, weil in der These der kybernetischen Gesellschaft, und das versucht sich deutlich zu machen, dass es Totalisierungstendenzen gibt mit gewissen Umwandlungstendenzen durch Performance, Probabilismus und Verhaltensorientierung, also Behaviorismus, Verhaltenslenkung, dass es Transformationsprozesse dazu führt, die eben doch zu einer übermacht des Algorithmus führen. Deswegen würde ich sagen, die Ironie steckt da drin, dass indem ich anklicke oder indem ich beweise, dass ich not a robot bin, mich immer mehr zum Robot mache, weil ich mich immer mehr sozusagen, weil immer mehr von mir jetzt auch meine Fähigkeit, Kaffeetasten zu erkennen zu können oder dass immer mehr wird gewissermaßen in die kybernetische Kontrollgesellschaft hineingezogen. Okay, dann komme ich zum dritten Punkt und mache das kürzer und das kann ich glaube ich auch kürzer machen, weil ich ja diesen Text schon vorher reingegeben habe, nämlich Digitalität als sozio-technische Infrastruktur. Was ich kurz um den Gesamtzusammenhang deutlich zu machen, was ich kurz noch mal sagen möchte, ist, wenn ich eine Metapheranalyse oder Metaphorologie der Social Machine oder der sozialen Maschine mache, das ist durchaus eine soziologische Maschine, eine soziologische Methode, dann ist ja unklar, was habe ich damit eigentlich jetzt wirklich gewonnen? Also wenn ich auf so eine Art Ideengeschichte der sozialen Maschine gucke, wir wissen davon ja noch nicht, welche Prägekraft diese soziale Maschine oder diese kybernetischen Ideen nun wirklich in der Gesellschaft haben. Dazu braucht es so eine Art empirische Soziologie auf die Prägekraft oder den Realitätsgehalt der Maschinenmetapher und das erfordert einen Perspektivenwechsel und ich würde den machen mit einer Soziologie der Infrastrukturen, weil Infrastrukturen, also wenn man sagen kann, das Maschinenhafte wird immer bedeutsamer in den Infrastrukturen der Gesellschaft, sozusagen die Hintergrundstrukturen in der Gesellschaft, dass die davon geprägt werden von etwas, was diese Maschinenmetapher auch ausdrückt, dann haben wir es durchaus mit einer gesellschaftlichen Prägekraft zu tun und Infrastrukturen verstehe ich als historisch entstanden und geronnene, oftmals zunächst umstrittene, irgendwann aber sedimentierte und durch zahlreiche Artefakte stabilisierte Konstrukte, also sie sind nicht einfach da, sondern Infrastrukturen werden gemacht, die mit Macht in gesellschaftlichen Prozesse und normative Ordnungen intervenieren und dieser Intervention durch ihre dingliche Präsenz und alltägliche Bewährung nachträglich gewissermaßen auch noch eine Rechtfertigung verleihen, weil sie einfach, die Straßen sind einfach da, das Internet ist einfach da und so, also diese dingliche Präsenz von Infrastrukturen hat auch sowas wie eine normative Kraft des Faktischen. Was die Soziologie der Infrastrukturen macht, sie sagt, man muss eben trotzdem gucken, dass dahinter Akteure stehen, dass das ausgehandelt wird, dass Infrastrukturen nicht einfach vom Himmel fallen, dass es Prozesse des Blackboxing gibt, dass in Krisenfällen diese Blackboxes auch wieder aufgebaut werden kann, Infrastrukturen wieder sichtbar werden, aber die Grundidee ist gewissermaßen, Infrastrukturen sind eine Zeit lang, wird verhandelt, im Moment verhandeln wir mit Datenschutz-Grundverordnungen viel über die Digitalität, aber irgendwann ist Online-Shopping normal, irgendwann sind irgendwelche Infrastrukturen sinken gewissermaßen ab und die Soziologie der Infrastrukturen sagt, dass das nicht etwas ist, was gewissermaßen, auch das ist wichtig für die Akteurskonstellation, die Machtverschiebung durch Algorithmen, also die Soziologie der Infrastrukturen sagt nicht, dass irgendjemand Infrastrukturen baut und dann funktionieren sie, sondern das ist hier ein Konvergieren von Technik und Praxis braucht, erst daraus entstehen Infrastrukturen, nicht rein Top-Down und ich glaube, das gilt zu einem bestimmten gerade auch für Digitalität, aber wir müssen uns eben unter dem Thema Machtverschiebung durch Algorithmen die Frage stellen, ob sich in diesem Zusammenspiel von Technik und Praxis nicht doch die Machtgewichte verschieben, also dass zum Beispiel neue Gestaltungsakteure diejenigen, die eben digitale Infrastrukturen bauen, nicht doch mehr noch die Möglichkeit haben, auch gerade weil sie über im Sinne von Pendlern, weil sie über eine Menge Daten verfügen, Big Data, weil sie über die in Echtzeit verfügen, weil sie damit ein gewisses Überwachungspotenzial haben, ob es da nicht doch eine Verschiebung gibt, dass die Art und Weise, wie eigentlich unsere Infrastrukturen sich entwickeln in der Gesellschaft sich verschoben hat. Okay, und dafür gibt es glaube ich Anzeichen, deswegen ist es glaube ich nicht nur eine Metapher, sondern deswegen würde ich sagen, gibt es auch einen empirischen Gehalt dieser Verschiebung zur Social Machine, nämlich wenn wir an die Plattformökonomie denken, durch die enormen Lenkungspotenziale, die diese Ökonomie hat. Es gibt Artikel, ich habe hier Plantin und andere zitiert, die von einer Infrastrukturalisierung von Plattformen und gleichzeitig von einer Plattformisierung von Infrastrukturen sprechen, das heißt, dass also so eine bestimmte Form der Steuerung des Managements der Organisation gesellschaftlicher sozialer Prozesse, wie sie Plattformen für stehen, dass die gewissermaßen jetzt auch auf die Energieinfrastrukturen, auf die Verkehrsinfrastrukturen und alles Mögliche, dass das übertragen wird. Also Plattformen selbst werden zu Infrastrukturen und da, wo noch andere Infrastrukturen bestehen, da werden sie auch plattformisiert. Also das ist schon eine Auswertungslogik, wenn wir dann an smarte Technologien denken und so, dann gibt es noch mehr Gründe dafür, warum das sozusagen immer mehr, vorher war es eine digitale Schnittstelle, man hat einen Bildschirm und das andere Leben spielt es sich auch anders ab, aber in einer smarten Welt gibt es diese Trennung gar nicht mehr zwischen digitaler Infrastruktur und Sozialität, sondern sie umfasst sozusagen immer mehr Bereiche. Und dann kommt das hinzu, was ich schon gesagt habe, Verhaltenssteuerungsmöglichkeiten, Trainingsprogramme, also sozusagen die Verschmelzung von Behaviorismus und KI, würde ich das mal nennen, neue lernende Technik, die sozusagen diesen Prozess noch mal enorm dynamisiert. Ich gehe auf dieses Beispiel nicht ein, ich wollte nur sagen, wir hatten einen Workshop gerade zu Bewertungsinfrastrukturen und man könnte jetzt an Bewertungsinfrastrukturen, das ist eine Sache, zu der ich forsche, könnte man das jetzt vertiefen, aber das müssen wir gegebenenfalls in der Diskussion machen. Ich komme damit und hoffe, dass ich jetzt noch fünf Minuten bekomme, Indra, sonst musst du mich unterbrechen, aber ich würde dann jetzt noch zum Testfall kommen, weil ich gesagt habe, okay, die These ist, da ist es eine Transformation zu einer neuen Form von Social Machine oder sozialer Maschine und zwar jetzt als Realisierung der kubernetesischen Kontrollgesellschaft. im Gange und testen möchte ich das an einem Feld, wo ich auch viel forsche und wo man sozusagen so eine Art Gegenmoment lange vermuten kann und wo wir ja auch viel kämpfen, wenn es darum geht, unsere Autonomie, unsere Selbstbestimmung zu behalten, nämlich im Bereich der Datenschutz-Grundverordnung, dass wir sagen, wir müssen den ganzen Grenzen setzen und die Privatheit schützen und vieles mehr. Also da machen wir viele Forschungsprojekte auch dazu und die Frage, die ich jetzt stellen will, ist, ob also der Testfall oder warum ist das jetzt ein Testfall? Das, was ich wirklich mittlerweile sehr spannend finde, ist, dass die These dann eine starke Bestätigung kriegt, wenn wir feststellen können, dass Privatheit selbst in die soziale Maschine hineingezogen wird, weil dann der Zusammenhang zwischen Privatheit und Selbstbestimmung, den wir immer, weswegen wir für die Privatheit kämpfen, weil wir sozusagen dafür unsere Autonomie kämpfen, dass dieser Zusammenhang von Privatheit und Selbstbestimmung gewissermaßen auseinander gezogen wird, also weil Privatheit eben selbst ein Teil der kybernetischen Kontrollgesellschaft wird. Und dazu habe ich in diesem zweiten Artikel, den ich jetzt nicht mehr komplett vorstellen kann, da haben wir das im Team versucht nachzuzeichnen. Vielleicht mache ich das ein bisschen knapper und sage einfach mal die Grundidee, also auch unser neuer Landesdatenschutzbeauftragter Alexander Rossnagel ab März dann steht sehr auf diese Begrifflichkeit des Privacy by Design. Privacy by Design und das ist natürlich unglaublich gut gemeint, weil man möchte, dass Privatheits Gesichtspunkte schon in die Technikgestaltung eingebaut werden. Ich finde es immer schön, mit Begriffen zu spielen und man kann auch sagen, Privacy by Design ist vielleicht am Ende eine sozio-technische Gestaltung von Privatheit, also eine designte Privatheit und zwar deshalb, weil sozusagen Privatheit als Gesichtspunkt, als normativer Gesichtspunkt immer mehr in diese Gestaltungsprozesse reingezogen wird, ist dann irgendwann auch Privatheit das, was technisch gestaltet worden ist und nicht mehr das andere der Informationstechnologie, was so eine Art Schutzzone sein soll. Kann ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber Sie können, also wir können das dann in der Diskussion vertiefen, Sie sehen da unten so einen bestimmten Argumentationsgang, dass also Privatheit erst mal abgekoppelt wird von der Selbstbestimmungsidee, mit der sie in der Geschichte lange verbunden wird und es eigentlich mehr darum geht, funktionale Bereiche der Gesellschaft voneinander zu trennen, kontextuelle Integrität nennt man das und deswegen also es eher mehr um die Regulierung von Informationsflüssen geht und gar nicht mehr so sehr um Selbstbestimmung. Es gibt aber auch so Aspekte wie die, dass sozusagen Selbsttechnologien und Selbstpraktiken der Individuen immer datenabhängiger werden und dann gesehen wird, aber gut, dann haben wir ein Problem der Informationskontrolle und der Datensicherheit und des Datenschutzes. Wie machen wir das denn? Und das muss dann eingebaut werden in diese Praktiken eines Datenselbst, das gar nicht mehr unabhängig von diesen Daten funktionieren kann. Also ich will einfach nicht zu lange reden und verweise deswegen auf das, was unten fett steht und behaupte das jetzt einfach mal als These, dass man also am Beispiel Privatheit tatsächlich einen Testfall finden kann, dass wir anstatt Selbstbestimmung kreativ weiterzuentwickeln, Privatheit algorithmisch fixieren. Wenn sich das, wenn ich die These stärk stützen kann, dann haben wir tatsächlich so etwas wie eine starke Machtausweitung des Algorithmischen, weil sie auch um das, was sozusagen das Nicht-Algorithmische schützen sollte, wird in die algorithmische Logik hineingezogen. Im Bundesnetzwerk Verbraucherforschung, die Folie kann ich wirklich überspringen, geht es noch weiter, nicht nur die Privatheit wird algorithmisch geformt, sondern Subjekt Formung insgesamt kann man gerade im kommerziellen Bereich könnte man viel darüber diskutieren, aber das wäre jetzt einfach eine nochmalige Ausweitung und Vertiefung, auf die wir zurückkommen können, aber die ich jetzt nicht unbedingt brauche, sondern ich kann dann jetzt einfach schnell noch zum Ausblick kommen. Ich bin zwar kein wirklicher Frankfurter, ich habe aber meine Zeit in Frankfurt gelebt und auch im Frankfurter Institut für Sozialforschung mitgearbeitet, bin sozusagen vertraut mit der Frankfurter Schule und die letzten beiden Folien sind der Versuch gewissermaßen den Geist der Frankfurter Schule nochmal aus den Schubladen rauszuholen und hier stark zu machen und zu sagen, das was wir dann brauchen ist wirklich nicht an Privatheit festzuhalten, sondern wir müssen die sozio-technische Transformation der Selbstbestimmung analysieren und für Selbststimmung wesentlich ist kritische Kompetenz in sozio-digitalen Architekturen zu erhalten und kritische Kompetenz zu erhalten kann nicht heißen, sie algorithmisch zu modellieren, weil es mehr um eine kritische Kompetenz auch gegenüber dem algorithmischen gibt. Ich habe hier, ich zeige das nur, ich habe diverse soziologische oder sozialtheoretische Arbeiten mal stichpunktartig aufgeschrieben, wo man sagen kann, es gibt Grenzen des Algorithmischen und das ist konstitutiv für gesellschaftliche Praxis. Das sind im Grunde eine Reihe von Theorien, die ich anbieten könnte, warum die Gesellschaft keine Sozialmaschine sein kann, warum Gesellschaft nicht in Algorithmen aufgehen kann. Da gibt es ganz viel, wie zum Beispiel die Unterscheidung von Handeln und Handlungen, das findet man das Kontinuierliche und Diskrete bei Alfred Schütz oder das charismatische Handeln bei Max Weber. Ich weiß, dass ich das jetzt nicht vertiefen kann, aber ich will Ihnen die Botschaft geben, es gibt Theorien darüber, die sagen, dass Sozialität kann in algorithmischen Logiken nicht aufgehen. Das kybernetische Weltbild sieht aber in all diesen Phänomenen eher nur Residuen, die es nach und nach durch Trainingsprogramme in die soziale Maschine einzubeziehen gibt. Und dagegen braucht es eben letzte Folie kritische und wir können jetzt über verschiedene Punkte diskutieren, wo man Ansatzpunkte für den Erhalt oder Reaktivierung dieser kritischen Kompetenzen findet. Also zum Beispiel in Rechtfertigungs- oder Bewertungsordnungen, inwiefern die Öffentlichkeit das wachhalten kann oder anderes mehr und welche Rolle, das ist meine Abschlussfrage, die Frankfurter Schule in diesem Zusammenhang spielen könnte. Okay, das war jetzt zum Schluss ein bisschen schnell. Ich habe aber einfach Angst, dass ich sonst einen Rüffel kriege, dass ich hier zu lange rede. Wenn Indra sagt, ich soll das noch mal genauer erläutern, kann ich